Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft mit mir und dem Erik, der aber im Augenblick sich was zum Trinken holt, weil er starke Husten bekommen hat. Ich mache hier noch ein bisschen weiter an meinem Weg. Ich habe jetzt ein bisschen was geholt. Sieht besser aus, finde ich, mit dem Eck hier. Keine Ahnung, gefällt mir ein bisschen besser. Hier soll es die Brücke geben. Ich meine, den Berg muss ich noch abtragen, ganz klar. Dann muss ich hier noch ein bisschen Landerweiterung machen. Es soll ja eine höhere Brücke geben. Ich mache jetzt aber erstmal hier auf der Seite, bevor ich da drüben anfange. Hä? Was ist das? Was ist das? So, jetzt bin ich auch wieder da. Ach, das ist, äh, tot. Und ich bin da noch, hallo. Hi. Da ist er wieder. Wollen wir noch schnell was da dringend holen? Ja, ich habe es gerade gesagt. Nee, die Krankheit wäre es denn. Ja, ja, ja. Habe ich auch erwähnt. Habe ich alles gesagt. Wirklich alles? Alles. Wo ich wohne, Telefonnummer, Adresse, Stadt. Ja, ja, alles, alles, alles. Was? Warte mal, du kriegst bald Besuch, ne? So. Ich war Autogramm, ich war Daily. Hey, ich helfe mit am Weg zu bauen, ne? Mhm. Guck. Ich helfe mit. Wow. Das war's. Hast du nicht, nix gefunden? Ehrlich, so wenig? Doch da unten ist zwar, ich war nur Kohlefarm. Ach so. Obwohl ich zu dir gesagt habe, würdest du mir bitte Diorit holen und, äh... Du hast gesagt, du hast schon geholt. Ja, und? Ich habe trotzdem gesagt, du kannst mitbringen, weißt du? Ich schicke dich Dioritfarm und du... Ich bringe dir nix mit. Und du bringst mir nix mit. Du gehst Kohle sammler, weißt du? Du bist schon voll der Ich-Mensch, ne? Ja. Das ist echt heftig, muss ich ganz ehrlich schon, das muss ich schon zugeben, das ist, äh... Wie arschig von dir. So. Jetzt wirst du Bescheid, ne? Ja, das, äh, hoffe ich doch stark, Mol, ne? Ja. Das, äh, das, äh... Das verzeihe ich da ja schon mal nicht. So, den Weg habe ich, jetzt baue ich mich da hoch. So, was wollte ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Karten holen. Ach ja, richtig, da war ja was. Liegen in der geheimen Kiste. Die nicht mehr geheim ist. Die nicht mehr geheim ist. Ich habe genug Platz im EWI für die alle Karten. Ich muss hier ein bisschen, äh, umbauen. Alter, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ja. So, jetzt muss ich gucken, welche Karte... Weißt, jetzt rennen alle Kühe hierher, ich, 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 ich schwöre. Hier waren sie alle auf der anderen Seite gewesen. Gucken wir gerade, welche Karte die falsche ist. Welche ich doppelt habe. So, das ist die... Alles klar, die... Ja? Werter, geh da rüber. Äh... Jetzt battelst du... Nein, 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 nein. So. So, wo bist du? Ich habe alle Karten dabei, wo ich jetzt gemacht habe, alle acht. Ich bin hier, äh, oben bei dem Bauernhof ähnlichen Gedingste da. Was ich noch abreißen werde. Mein Gaul. Ich werde den Bauernhof, äh, zum... Also, den hier werde ich jetzt irgendwann demnächst komplett wegmachen. Das habe ich aber schon in einem... Ähm... In der Folgex erwähnt. So viele Karten. So viele Karten gemacht? Ja. Umgebung. Da liegen sie. Hopp, sammel. Ja, warte. Mein Gaul, der will irgendwie abhauen. Ja. Meine Nacht. Oh, ach, du willst auch abhauen. So. Alle acht. Super, Wasser, okay. Das ist Umgebung. Ah ja, das ist... Das ist schon besser. Das sieht schon mal um einiges besser aus. Okay. Karte 14 ist das. Wie ich die gemacht habe. Äh, Karte 14 ist bis jetzt ganz gut. Ich muss aber noch ein bisschen gucken, ne? Ich habe jetzt bloß, wie gesagt, Karte 14 gemacht. Äh, geguckt. Ähm. Das ist doch eigentlich... Ach so, ne? Ja. Das war doch eine gute Idee von dir, mir die Karten zu überlassen, gell? Ja, äh, warte mal, wenn man gleich sehe. Ja, das kommt richtig gut. Das ist richtig, richtig schön geworden. Okay, was ist Karte 12? Karte 12 ist das hier. Okay, das könnte man sogar auch. Baa! Hexe! Wo? In der Pilzfarm. Ach, was interessiert mich jetzt die Pilzfarm? In deinem Lager ist auch eine. Wo? Verarsch mich nicht. Ja. Was soll ich tun, wenn du das harte Schmeldest? Das ist Wüste, gell? Okay, warte mal. Das ist dann... Das weiß ich nicht, wo das hinkört. 17, manchmal zur Seite. Ah, das ist das gleiche, okay. Das ist die gleiche Karte. Waren doch zwei gleiche dabei. Ja, die 15 ist die gleiche, ja. Das ist auch keine, die mich interessiert. Karte 13. Wo hast du denn die Karte-Halter jetzt hingemacht? Das ist auch. Komm mal in mein Lager. Das ist ja. Das ist der ja. Ähm, ja, und hier. Und das waren die beide. So. Wollte ich eigentlich die wegmachen, aber... Und dann noch die hier. Oh, das war falsch. Das wollte ich nicht. Da ist ein grüner Punkt. Perfekt. Auf dieser Karte. Hä? Auf welcher? Auf dieser Karte ist ein grüner Punkt, wo ich in der Hand habe. Ja, hier auch. Auf der Karte, die ich hier hängen hab. Guck dir das an. Siehst du das so, wie ich das seh? Ja. Echt? Das ist geil, oder? Das gefällt mir richtig gut. Was ist deine Sinnpunktkarte? Hä? Was ist deine Karte mit einem grünen Punkt? Die hat hier auch einen grünen Punkt, ne? Willst du die nicht, weil dann verbrenne ich die nämlich, ne? Die restlichen Karten. Mit einem grünen Punkt. Ja, die, wo ich jetzt das hier hab. Die drei, wo ich jetzt hier hab. Die werde ich verbrennen, weil das ist... Ich mein's, ich mein's hier. Das ist nämlich Wüste, das interessiert mich nicht. Das ist Meer, das interessiert mich nicht. Und das ist die gleiche Karte, die ich da schon hängen hab. Das ist doch schön, du wach war. Ah ja, ich muss, ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich schön, ja? Ach, da war doch, ach, die Monsterfalle. Warte mal, du, ich glaub, du hast noch die Monsterfalle. Die kannst du mir vielleicht hier dann grad in die Truhe reinmachen. Weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, es sieht echt schön aus. Du bist, äh, du bist, du bist doch zu was zu gebrauchen. Sehr schön. Ich hab ja doch gesagt. Hm? Irgendwo liegt die Karte. Wenn nicht, mach ich so noch, aber ich hab hier grad die vier Karten dabei. Ja, wie du halt, äh, willst. Du musst nicht, weil ich denk, die Monsterfalle, da kommt ja später noch eh noch ein bisschen mehr zusammen, ne? Weißt du, wie ich mein? Ja, trotzdem, trotzdem geh ich jetzt auch mal da hin. Ja, du willst mal bloß nicht helfen. Nee, äh, geh nicht da hin, weil du brauchst, musst dich jetzt eh ins Bett reinlegen. Ich lauf einfach bei dir. Hm? Ich lauf einfach bei dir. Nee, ich schluck bei der Monique. Weil ich geh in mein eigenes Bett. Das ist echt schön, die Karte, die gefällt mir richtig gut. Ich häng die ab, wie gesagt, ich häng die aber auf jeden Fall draußen hinten, ne? Vielleicht dann der Stadtplatz, dass jeder halt sehen kann, wie es halt aussieht, ne? Hast du gut gemacht. Ach, Akku fast leer, nervt mich nicht. So. Äh, okay. Äh, zwei bis drei. Vollassi. Wir haben uns gleichzeitig geschrieben. Ja, so eine zwei Minus ist da schon drin. Ja. Jetzt haben wir schon... Warum? Warum hat der jetzt ne Karte von Monique ihrem Haus ausgemacht? Falsche Taste vielleicht gekommen. Nee. Nein? Ich hab überhaupt nix gemacht an der Maus. Jo, passiert. Äh, um noch mal zum Bett rauszukommen, ne? Welch mich da immer, ähm... Wie würdest... Wie rennst du immer los? Wenn du mal spielen würdest? Äh, wie rennst du mal los, wenn du mal spielen würdest? Eki, das ist so eine geniale Frage. Was weiß ich? Welche auslust du? Und hab mir irgendeinen Knüppel gekauft, weil da ein Knüppel halt zur Verfügung stand. Und hab dann den Knüppel benutzt. Wie gesagt, das war jo... Nächstes Mal spielen wir auf Gomme. Ich... Gomme hab ich schon gespielt. Spielen wir das nächste Mal auf Gomme. Spiele ich auch gut. Wie viel hab ich hier unten? Hier unten hab ich drei. Dann hätte ich aber hier oben... Ne, hier oben mach ich bloß einen Zweier. Der dann hier endet und dann in einen Dreier reingeht. Das ist gut, ja. Genau so mach ich das. Da müsste ich hier zwar ein bisschen Erde aufschütten, ist aber nicht so tragisch. So, okay. Wie immer, wenn ich von der Seite komme, ne, schnick ich immer so. Vielleicht komme ich dem Gleischen an, damit ich nicht in das Lavaloch falle. Bei mir? Ja. Ja, da musst du aufpassen. Da übernehme ich keine Haftung. Wo leh ich die Karte hin? In meinem... In meinem Lager oder was? Oh, was ist denn da alles drin? Der Flieger mit Stärke 5, Verbrennung 2, Haltbarkeit 3, Rückschluss 2. Was machst du? Was? Wo soll ich die Karte hinlegen? In die Truhe mit dem... Wo Werkzeuge oben drüber steht. Kannst du reinlegen. Nicht in Waffenrüstung. Ne, in Werkzeuge. Also ich finde, eine Karte ist eher ein Werkzeug als eine Waffe, ne? Meiner Meinung nach, ich kann mich auch irre. Für ihr Stich. Natürlich. So, liegt drin. Wunderbar. Oh, ich habe keinen Granit mehr. Jetzt muss ich Granitfarben gehen. Oh, hier gleich alles Farben sollen. Das ist so bescheuert. Ich hasse es. Machst du auch. Machst du besonders, ne? Hm? Äh, äh. Was machst du? Oh, Granit. Ein Granit und... Ein, zwei, drei, vier, fünf Holz. Für? Ähm, wo ich einmal so... Wo ich nur ganz alleine auf dem Server war. Ähm, hier auf meinem? Ja. Mhm. Um mich in Sicherheit zu bringen. Ja. Mach Tür auf, Creeper, bumm, Haus kaputt. Und wieder. Ah, ich gehe davon aus, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du hast meinen Weg kaputt gemacht. Ein Stein. Ja gut, das ist mir aber auch schon ein paar Mal passiert. Die Creeper gehen in letzter Zeit viel zu früh los, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt brauche ich alles. Diorit und Granit und... Dann gehen wir mal ein bisschen farben, aber ich würde sagen, das Farben, das mache ich dann, äh, in einer anderen Folge. Die Folge ist nämlich jetzt gleich zu Ende. Und wieder? Mhm. Ja, 15 Minuten gehen doch ein bisschen schneller rum. 20, Entschuldigung. Aber ich würde sagen, dafür, dass es... Minecraft kommt ja jeden Tag, da macht das nix, wenn es täglich bloß 15 Minuten sind. Und... Oh, mein armes Pferd, voll das kleine Gehege jetzt bekommen. Egal. Äh, ja. Da denke ich mir, ist das okay. 15 Minuten folgen sind okay, denke ich mir, oder? Ja. Ne? Also, dann sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Denkt dran zu abonnieren. Oder zumindestens das Video zu liken. Würde mich aber auch sehr über das Abo freuen. Bis dahin, Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.